Hi, ich bin Peter Geltert und ich stelle euch heute den Tone City Summer Orange Phaser vor. Ich bin Peter Geltert und ich stelle euch heute den Tone City Summer Orange. Der Summer Orange ist ein klassischer, komplett analoger 4-Stage Phaser. Mit seinen klassischen Reglern für Feedback, Depth und Rate kann man effektvolle Resonanzen erzeugen und eine breite Palette an Sounds kreieren, von Vintage Phaser bis hin zu modern und experimentell. Auf der Vorderseite des Metallgehäuses haben wir Regler für Feedback, Depth und Rate und den Bypass-Fußschalter. Das Pedal hat einen True Bypass. Auf der rechten Seite ist die Stromversorgung mit 9V DC, 11 mA. Batteriebetrieb ist nicht möglich. Mit dem Summer Orange habt ihr ein super kompaktes Pedal für klassische bis moderne Phaser-Sounds. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.